...kontestretten werden, wenn der Freund nicht fuhrt, ne? Sind schon ein paar Dänen drin, die ich hier sehe. Okay. Also, wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass die Jury zu einem Urteil kommt und das wird sie, es wird noch fleißig ausgewertet. Und ja, jetzt war ich hier einfach mal, die Damen mit dem Baseballschläger, das erste Mal dabei. Ja. Ja, irgendwie so ein erster Eindruck, wie hat es bis dato Spaß gemacht? Ich habe einmal vom Ernst gehabt, aber auf der Bühne geht es dann eigentlich nicht. Da geht nichts weg. Ist verflogen. So, wir seien jetzt in der Klasse, wir haben es gerade gehört, man muss jetzt nicht unbedingt mega trocken hier erscheinen. Wie fühlst du dich so, arg ausgepowert oder geht es noch? Es geht noch, es geht gerade noch so. Es geht noch gerade so, weil wenn ich das denn da war aus der Natur oder aus der Body-Klasse, die sei ja wirklich unter Wasserentzug und Kaloriendefizit, die wollen dann eigentlich nur noch nach diesem Wettkampf eine Pizza essen, aber ich glaube, geht dir das auch so? McDonalds. McDonalds. Einfach gut. Oder liebst es. Okay. Also, die Wertungen sind durch und es wird ganz spannend für euch oben auf der Bühne. Ich bin jetzt zur Hünderinnen-Liege zurückzugehen. Die Hünder gibt dann die...